Ballernahme flach, rausdrehen. Das Rausdrehen ist besonders gut für Sechser, Achter und Zehner gedacht, da der Ball sehr eng am Fuß bleibt und schnell eine offene Stellung zum gegnerischen Tor eingenommen werden kann. Wir befinden uns mit Rücken zum Tor. Der Spieler sollte dabei seitlich zum Gegner stehen. Somit hat er einen besseren Blick zum Tor als auch zum Gegner. Er löst sich mit der Hand vom Gegner, um einen kleinen Vorsprung zu erhalten, lässt den Ball an seinem Standbein vorbei rollen, klemmt den Ball zwischen Innenseite und Boden ein und zieht den Ball im Anschluss in die offene Stellung. Beim Rausdrehen muss das Standbein gebeugt sein, um den Ball optimal mit der Innenseite einklemmen zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.